Hi Leute, willkommen zu diesem Video von uns. Ja, nach langer Videopause heute mal wieder ein Video von uns. Ich hatte ja noch angekündigt, dass es bei uns weitergeht. Aber leider konnte ich dieses Versprechen nicht halten, das tut mir wirklich leid. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir weitermachen sollen. Aber darum soll es in diesem Video gar nicht gehen. Heute geht es um diesen Ball. Diesen Ball habe ich letztes Jahr in einem Shop in Spanien gekauft. Ich habe ihn gesehen und habe gedacht, den brauchst du, den musst du haben. Und habe den auch zugeschlagen und den Ball gekauft. Der Ball ist, wie ihr sehen könnt, 14 Jahre alt. Der Ball war der letzte Ball, der diese typische Sechseckform hatte. Und hier zum Beispiel der Nachfolger. Der hat diese Form dann nicht mehr, der ist komplett geklebt. Aber ja, auch ein schöner Ball, aber darum soll es in diesem Video nicht gehen. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Und ja, mehr gibt es euch nicht zu sehen. Das war das Video. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und ihr habt einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao Leute. Ciao Leute.